Was soll das denn? Ist das nicht Frau Hinkels Schrottpresse? Nein, das ist die Schrottpresse von meinem Kutter. Du musst mir helfen, sie zu reparieren. Die sieht aber genauso aus wie Frau Hinkels Schrottpresse im Tutorial von Teil 1. Och, das merkt schon niemand. Die Leute, die Teil 1 gespielt haben, brauchen doch gar kein Tutorial. Ich wette, sie werden es trotzdem spielen, weil sie gar nicht genug von mir bekommen können. Aber ohne mich. Ich werde das Tutorial nämlich garantiert nicht nochmal über mich ergehen lassen. Es war schon beim ersten Mal dämlich. Och komm schon. Ein wenig Wiederholung kann doch nie schaden. Und wie erklärst du dir dann diese Brandblase hier? Die habe ich mir geholt, als ich wiederholt auf deine bescheuerte Herdplatte gefasst habe. Weil du eben nie dazulernst. Im Gegenteil. Ich habe ein geradezu fotografisches Gedächtnis. Ach ja? Weißt du denn auch noch, wie man das Interface benutzt, um jemanden anzusprechen? Na los, sprich mich an. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasen-Symbol siehst. Nicht vorsagen. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil von Deponia, beziehungsweise zum Tutorial vom zweiten Teil. Und ich werde es wahrscheinlich auch wieder extra fassen, dieses Tutorial. Deswegen erstmal zum Tutorial. Aber das stört mich jetzt momentan. Es ist zwar schön, dass wir hier Entwicklerkommentare haben, aber ich werde die erstmal ausblenden, weil die mich da oben stören. So, und wir fangen an. Du hast alles vergessen, stimmt's? Hab ich nicht. Warum sprichst du mich da nicht an? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasen-Symbol siehst. Gibst du dann endlich Ruhe? Eigentlich startet dann ein unterhaltsamer Dialog. Wie aufregend. Okay, ich habe außerdem das Inventar aufgemacht. So, wir reden mal mit Bozo. Rede mit Bozo. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du, du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt es nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja nicht mal, äh... Wie man ein Objekt ansieht. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger drauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Quatsch, das ist doch kein Auge. Das ist ein Ping-Pong-Ball. Mit Pupille? Er ist gezinkt. Warum sollten Sie einen gezinkten Ping-Pong-Ball als Symbol für Ansehen benutzen? Das werde ich dir jetzt anhand dieses kleinen Objekts da vorne auf dem Boden demonstrieren. Indem ich mit dem Cursor draufzeige und rechts klicke, sobald der Ping-Pong-Ball zu sehen ist. Ich bin gespannt. Ping-Pong-Ball. Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich sehe es an. Da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Einfach drauf zeigen und rechts klicken. Da, wo das Auge am Cursor ist. Okay. Was ist das? Das ist der Reaktor-Lotkopf. Im letzten Spiel war es noch ein Kathoden-Stümpel. Schau mir. Es ist der Lotkopf. Du brauchst ihn, um die Presse zu reparieren. Wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Ach. Also ich muss ja sagen, ich habe echt schon viele Tutorials gespielt und auch viele Point-and-Click-Adventure. Aber die Podia hat echt die geilsten Tipps. Okay, wir spielen jetzt erst den zweiten Teil, aber ich muss sagen, es ist einfach geil. Manu, wo ist er denn? Ähm, du hast ihn in dein Inventar gesteckt? Da, wo alle deine Gegenstände hinkommen? Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Hey, da ist es ja! Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ja, echte Motte. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutoriel. So, was mache ich als nächstes? Ich würde als nächstes sagen, das da mit dem Dach. Sieh her, Bozo, ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. So, und dann kommt das da nach das da. Kennen wir doch schon alles. Passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Ich will aber nicht den Knopf drücken. Und? Passt du auch gut auf? Aber sicher. Das will ich auch hoffen. Sonst wirst du niemals kapieren, wie... Man einen Dialog beendet. Wie man einen Dialog beendet. Man klickt auf die letzte Option im Auswahlmenü. Ha, völlig falsch. Okay, wir drücken den Knopf, wollen wir es ja wissen. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Ruf es nicht. Du stehst direkt unter der... Keine Panik. Ich falle bestimmt nicht zweimal auf dieselbe lahme Schlusspointe rein. Also, wie war das gleich? Ich habe hier... Auf diesen Knopf gedrückt. Und dann... So lahm fand ich die jetzt gar nicht.